hallo leute da bin ich wieder heute mal das neue die neue hyperkiste wildraum kundschafter paket die sind jetzt rauskommen letzte woche an diese woche dienstag sogar schon und ich musste die mir leider teuer kaufen weil die bis jetzt noch nicht günstig im handelsnetz zur verfügung steht und ich glaube ich habe 7,5 millionen pro hyperkiste bezahlt ist natürlich schweine viel sind natürlich schweine viel credits aber egal ich öffne mal und wir gucken mal was da so drin ist schauen wir mal was man da so alles ziehen kann dieses diese hyperkiste ist ziemlich gut diesmal deswegen dachte ich mir naja gut zahlst du mal zwei millionen mehr dafür als sonst oder drei millionen ja wir haben hier die obalisten rüstungsset das relativ gut ja die generell die rüstungsset wem es gefällt schwarz rot gestreifter farbkristall die fahrzeuge sind gut endlich mal wieder ein hutten cantina schiff dabei da gab es ja früher welche ich glaube vier verschiedene gibt es jetzt das wäre dann das fünfte sieht auch nice aus dann haben wir ein jetpack das sieht diesmal anders aus als das was schon vor einiger zeit raus gekommen ist damit fliegt man dann so rum wir haben wieder den grünen adler auge kristall dann hier unten noch die fahrzeuge cyber vorantikus der sieht auch sehr nice aus was man hier leider nicht sieht in der vorschau ist dass wenn man drauf sitzt er sogar blitze absondert hinten auf seinen rücken sieht man hier leider nicht sehr nice doch hier sieht man das im bild so ein bisschen oben ja wie hyper tour und standard die crap waffen ich frage mich wann sie mal endlich mal wieder gute waffen rein machen die sind alle ein bisschen kräftig na gut dann fangen wir mal an und die housing teile halten diesmal sind die housing teile das sind cif housing teile die meisten davon also eher fürs imperium hier zum beispiel so eine lampe die man sich dann in zau stellen kann oder da oben so eine decken lampe aber naja so lange rede kurzer sinn dann fangen wir auch gleich mal an ich packe wie immer erst mal eine kiste weg wenn ich hier platz habe ja da habe ich platz so schauen wir mal was wir so ziehen ah ja was ich vergessen habe natürlich wieder das sind ja 25 pakete jetzt mal ein bonus paket das öffnen wir mal zum schluss und dann fangen wir mal an schrott schmeiß ich wieder weg angriffskraft schon mal sehr schön ziehen wir da runter das kommt hier hin ruft er kann weg was ist das kenne ich nicht weiß ich noch nicht was das wert hat deswegen habe ich das erstmal auf und die rufmarken ach der das der titan der ist silber ok sieht dann so aus das fahrzeug gar nicht so schlecht das sieht irgendwie cool aus so gefällt mir das schmeiß ich auf jeden fall nicht weg aber die waffen die schmeiß ich weg oh nochmal den des laja der ist als silber den zieht man anscheinend oft so zack den unterschmeißen wir weg das kommt hier hin was das obel obelisken gürtel gürtel ist schon mal gut bonus lukrativ da ist auch schon der jetpack ja gleich einer der teuersten items rausgezogen was schon drittes pack jetzt oder viertes viertes krass schwebt man dann damit rum so das schmeißen wir weg fahrtmobil ja keine ahnung ist eigentlich eine hässliche farbe um die grün blau finde ich jetzt hässlich ein housing teil etagenbett kann man sich dann im haus hinstellen was haben wir hier einmal gefährten geschenk credit regen ich habe ja null credits und mal sehen wie viel wieder rausbekommen gepanzerte befragerspiefel glaube das ist alles gerade nicht so wertvoll ausdauer sieht dann so aus ich habe jetzt diesen diesen dieses lichtschwert was diese komische animation hat sieht dann so aus sehr düster was haben wir hier dunkle ehrenwaffe und die ist relativ teuer da habe ich schon die preise gesehen ich glaube 700.000 mindestens kommt natürlich auf dem server drauf an wo ihr spielt gerade die bewacht dann eure festung was haben wir hier gedöns noch mal eine ehrenwache sehr schön weiß nicht warum die gerade so teuer ist mir gefällt das mir gefallen die eigentlich gar nicht die sind irgendwie die haben so komische rüstungen und multifunktions hellen sieht immer aus wie so ein schweizer taschenmesser so die werfe kann weg und noch mal ein anderes farbkristall oberlisten helm was der gerade kostet weiß ich nicht das können wir ja mal gucken dann aber ich guck das gleich mal ich glaube auf dem server hier weil relativ viel los ist ja der hat einfach mal nichts wert warum freue ich mich eigentlich aber ich glaube da werde ich nachher einfach mal so nett sein und alle aufkaufen oder lohnt sich das eigentlich sieht er ja komisch aus der helm hat irgendwas organisches naja weiter zertifikat am motion 3 so ein haustier die waffe schmeiß ich auch gleich weg was ist das hier sturmwolkenflatterwedler der sieht ja cool aus der ist ja riesig ist denn der so groß nice gefällt mir gefällt mir oh was haben wir hier siv imperium banner das ist das originale warum kann man denn das hier nicht hier kann man irgendwie nicht mehr ranzoomen an und rauszoomen kann man jo und die waffe ist ja ich finde das so hässlich diese waffen wie sieht denn das aus dieser kristall da unten naja ich hebe die mal trotzdem auf gibt bestimmt leute die sowas wollen zumindest die lichtschwerter zwei kristall in einem kompetenz ausdauer ne warte mal das kommt hier hin so da 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 nochmal ein desla was ist das ingenieurs unterkörper rüstung aha jo wie gesagt das paket gerade aktuell aber wenn ihr das wenn ihr dafür keine kein echtes geld ausgeben wollt und das im handelsnetz kaufen wollt dann ist das halt noch sehr teuer das dauert noch eh da der preis sinkt so das haustier hatten wir vorhin schon gezogen das sieht dann so aus irgendwie so ne wie heißt das majestätischer baraktü ah ja mhm sehr majestätisch so was haben wir hier siv temple hellenlampe ah das ist die die ich hier schon stehen habe oben links nochmal ein desla der der scheint hier voll gespam zu sein in diesen paketen irgendwie oh chaos truppost palette die ging am anfang richtig teuer 3 millionen oder so wie gesagt am anfang das ist jetzt äh ich weiß nicht was das aktuell wert ist ähm schauen wir mal schnell ganz schnell ganz schnell ganz schnell wir wollen ja hier nicht so lange ja ins komma ins millionen wie gesagt auf serven wo nicht so viel los ist da ist das dann meistens etwas mehr wert weil dort weniger leute aktiv sind einmal das hier davon gibt es auch schon verschiedene modelle äh da 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 angriff endlich mal mit angriff krit angriff kompetenz fehlt noch so oh was ist das rein blütiger siv lord weiblich ja das ist endlich mal nice mal ein weiblicher siv lord mit der ganoven rüstung oder ich glaub damals war das noch die alte pvp rüstung mittlerweile gibt es das auch als ganoven set langer siv und nochmal den den siv lord sehr schön und den jedi tisch äh siv tisch jedi tisch war ja davor so sieht nice aus und das letzte paket von den regulären bam ja da war nur ein müll drin ich glaub die farbmodule die schmeiß ich mal weg das kann auch weg jo und das special paket wir haben ja schon wie gesagt das beste item eigentlich jetpack gezogen und ja chaos truppant zahnschuhe sehr lukrativ auf jeden fall geht bestimmt auch 50.000 credits oder so so dann packen wir das mal hier alles ein klick 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 dann schauen wir mal was war ein anderes paket zu ziehen das schiebe ich gleich mal da hin ähm am anfang jetzt da auszurechnen ob man verlust oder profit gemacht hat äh das ist schwierig zu sagen da ich meistens die items immer lange aufhebe bis es die pakete nicht mehr gibt und diese dann teurer werden aber ich denke mal ich mache eher minus als dass ich hier profit mache denn die hyperkisten wie gesagt 7,5 millionen das mache ich nur um das hier zu öffnen um euch das zu zeigen was da so drin sein kann ja was ist das hier chaos trupp äh ah ne gepanzert da irgendwas 81.000 credits mensch ja da haben wir ja schon sehr viel wieder raus ach dieser sarkasmus heute auch dieser name wildraum ich denke mal das heißt weltraum oh hoheitsvolle giftechse das hatten wir noch nicht sieht dann so aus oh sieht sehr luxuriös aus wer auf so ne Echsen steht kann sich diesen begleiter gerne kaufen so was haben wir wir hatten hier noch was hier imperiale deckenlampe das ist die die ich euch schon gezeigt habe man kann hier leider in der ansicht doch hier kann man es ein bisschen sehen man sieht es auch hier im hintergrund es ist so leicht rötlich alles sehr nice mir gefallen diese deckenlampen sehr gut das schmeiße ich mal hier hin unterkörper rüstung des wüters aha aha achso ja hier haben wir ja noch diese komischen waffen und das ist lichtschwert lances diese doppelversion ne also ich will es nicht ok na aber ich glaube diese Anpassung schmeiß ich immer da kein Platz uuuu winzigartige rakatgranate war der blaster schmeiß ich auch mal weg das lohnt sich nicht das aufzuheben das wird nie irgendwie wertvoll man sollte ja niemals nie sagen aber bei diesen waffen hier auch was ist denn das crap jo was kann man was wäre denn jetzt noch gut hier zu ziehen es gibt ein housing teil was sehr selten ist immer die Darth Malgus Statue die Gedenkstatue die sind natürlich ziemlich gefragt und auch wertvoll dann gibt es noch noch so ein zweites housing teil ich weiß gerade nicht wie das heißt das ist so eine Kommandozentrale hier ist so eine Sif Tempel Bank auch sehr schön kann man endlich mal seinen Tempel ordentlich einrichten seinen Javin Tempel was ja jetzt vor kurzem neu rausgekommen ist Wildraum 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 oh Credit Explosion oh wir werden reich oh 110.000 Credits immerhin und nochmal das da Titan bei dem Titan als ich die Vorschau gesehen habe also man konnte ja schon ich glaube vor 2-3 Wochen vorher konnte man schon sehen was in den Paketen rauskommt ich habe gehofft dass der Gold wird jetzt haben sie den Silber reingemacht finde ich ein bisschen schade jetzt ist der oft da drinnen ja generell habe ich festgestellt dass bei dieser Hyperkiste eher mehr silberne Gegenstände drin sind als goldene Grie Hypertor sieht sehr nice aus äh von der Animation her das kann man leider nicht sehen von der Animation her es werden 3 Pfeiler gespawnt und in der Mitte erscheint dann das Portal und man wird reingezogen und äh in diesen 15 Sekunden wird man halt geheilt ganz normal ja dann haben wir den Hutten Cantina Schiff gezogen das ist natürlich auch Bonus aber jetzt nicht so Bonus dass man hier jubeln muss ja nice eigentlich könnte ich mal ja diese 5 verschiedenen die es jetzt mittlerweile gibt mal sammeln ich weiß nicht die anderen die habe ich auch irgendwo rumliegen könnte ich eigentlich mal oh lukrativ ein zweites Mal weiß nicht ob das jetzt so selten ist oder keine Ahnung kann ich noch nicht so beurteilen ja das ist natürlich krass ne 2 Jetpacks in 2 Paketen ich glaube ein Jetpack kostet 5 Millionen gerade ähm ich sag mal wenn ich die Hyperkiste für 4,5 Millionen oder 5,5 Millionen gekauft hatte wie ich sie normalerweise einkaufe dann hätten wir hier schon Profit gemacht ey was ist denn hier los nochmal ein Hutten Cantina Schiff da muss ich gleich mal den Preis gucken ich glaube die sind wenn das hier so oft drin ist nicht gerade wertvoll zumal das ja wie gesagt auch immer äh nur am Anfang so ist weil es halt neu ist so ja das war es dann schon ne hab ich hier noch irgendwas so das letzte Paket und oh nochmal Handschuhe ich hasse es da Handschuhe rauszuziehen jo wir haben 229.000 Credits gemacht ich guck mal schnell ja hier geht einfach mal nichts wo ich jetzt gar nicht gucken das geht wahrscheinlich jetzt auch unter 5 Millionen schon ja schon 4,7 Millionen naja rund 5 Millionen lag ich ja nicht ganz so falsch so dann habe ich hier nicht mal doch hier habe ich NPC schmeißen ach ne wir haben ja hier gar nichts zu wegschmeißen toll ich kann hier nicht mal irgendwas verkaufen jo gut 229.000 Credits weiß nicht ob wir wie gesagt Profit gemacht haben keine Ahnung und kann ich jetzt noch nicht beurteilen da hebe ich die Items erstmal noch auf jo ich würde sagen ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bis denn